Moin Leute, willkommen bei Heidebrix. Ich habe hier noch einen Karton, da sind fertig gepackte Sets drin. Jo Leute, Convolut Lukas, die dritte. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich habe hier noch einen kleinen Karton, wo fertig gepackte Sets drin waren. Und ja, das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen und mit euch durchgehen. Und zwar haben wir hier die 6517, einen kleinen Jetski. Ja, und das war da so fertig gepackt drin. Gut, oder? Ja, das war es denn für heute. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Na gut, ein, zwei mehr waren es denn doch noch. Ich habe die hier alle auf meinem Tisch ausgebreitet und wir versuchen mal da durchzugehen. Leute, ich sage euch, das ist nicht ganz wenig. Da sind schon krasse Dinger bei, glaube ich, die man dann einfach in so einem Convolut findet. Ich habe keine Ahnung, wie wir da anfangen oder systematisch. Ich habe so ein bisschen sortiert nach ein bisschen Thematik. Ein kleines Highlight am Anfang schon, aber die großen Highlights für mich weiter hinten. Woher stimmt gar nicht, da in der Mitte ja auch schon. Wir fangen einfach mal an. So, und zwar haben wir hier Space, die 8689. Ja, irgend so ein Weltraum-Fraggle. Der Timo von Stein im Weltall. Der könnte mir garantiert sofort sagen, was für eine Serie und Reihe das ist. Ich bin da leider nicht ganz so drin. Darunter liegt dann auch noch der große Bruder. Und wenn man sich das mal hier so anguckt, ist mir hier auf jeden Fall direkt aufgefallen, dass die Mini-Figur fehlt. Die habe ich aber gerade gefunden. Die ist mir nicht in den Mini-Figuren, die ich, habe ich die eigentlich schon hochgeladen? Ich glaube, ich habe die sogar schon hochgeladen. Vielleicht sollte ich die nochmal wieder rausnehmen, um die Sets vollzuständig zu machen. Genau, das habe ich jetzt nämlich vorher noch nicht geprüft. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es für 100% komplett ist. Dazu müsste ich es einmal aufbauen. Das werde ich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwann auch mal tun. Genau, dann packe ich das mal da rein. Und hier haben wir nochmal den großen Bruder. Das ist dann die 6949. Ja, auch ein Space-Set. Auch wieder mit so einer Mini-Figur. Die schaltet hier zumindest drin zu sein. Also da ist es zumindest in Tau so. Ja, und die Sets wird alle so eingepackt in Tüten. Das ist natürlich klasse. Und wenn man jetzt mal hier beigeht, also die steine Qualität sieht von hier außen für das Jahr wirklich krass gut aus. Und wenn die alle so eingelagert waren, über Jahre, was soll damit sein? Also das ist schon ganz gut. So, dann haben wir ja eine gute, den hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Für mich auch ein Highlight. Ich glaube, den lege ich mir jetzt auch schon mal hier beiseite. Den baue ich, glaube ich, nachher nochmal auf. Gut. So, dann kommen wir hier in den Technikbereich. Hier habe ich zum Teil die Anleitung aus den Tüten genommen, weil die halt so geknickt da drin waren. Und dann kann man es halt nicht so gut sehen. Ja, gut, kleines Technikset. Ein Technikset ist tatsächlich dabei, da freue ich mich sehr drüber. So, das lege ich jetzt auch mal nach hier, damit ich das gleich wieder eintüten kann. Ja, hier haben wir irgendwie so ein Gummiband zum Aufziehen, was auch immer. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Band da drin. Könnte ich tatsächlich auch gleich mal versuchen aufzubauen. Das sind ja nicht so viele Teile, ob das Ding noch funktioniert oder wie es überhaupt funktioniert. Das sieht ja eigentlich ganz witzig aus. Jo, dann haben wir hier so ein etwas größeres Technikset. Die Nummer 8414 erinnert mich so ein bisschen an Nummer 5 lebt. Kennt ihr das? Cooler Film. Gab es sogar mehrere Teile von, glaube ich, ne? Ein uralter Film, wo ein Roboter irgendwie so ein bisschen menschlich wird und ja, dann hilft gegen die Bösen zu kämpfen. Jo. Das sind jetzt auch nicht so mega viele Teile, relativ große Tüte, aber auch wirklich durch die Steine an hier. Das, was man da sieht, die Kratzer, das ist auf der Tüte. Also das ist wirklich Bombenqualität. Schön, 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 schön. Jo, dann haben wir hier noch einen kleinen Hubschrauber 8812. Jo, Technik reißt mich jetzt immer nicht so ganz vom Hocker. Achso, das muss ich auch noch mit eintüten. Ähm, außer ein Set, was vielleicht kommt, weil das halt aus meiner Kindheit ist. Äh, hier haben wir noch so eine Art, ja, Quad, Quad Jeep. Schöne bedruckte Fliesen hier. Schöne ticke Bollerreifen. Und auch hier wieder auch. Sind aber natürlich auch schön viele von den alten Farben. Ähm, ja, vielleicht werde ich auch das ein oder andere Set einfach schlachten. Und, äh, als gebraucht im Store hochladen. Ist natürlich zum Ausparten denn quasi wie ein neues Set. Wo man es einfach mit Brickstore hochladen kann. Jo, und das ist das hier. Die 8828. Dieser schöne Bagger. Den habe ich damals auch gehabt. Ach, fein. Gefällt mir sehr gut. Ich habe auch das B-Modell öfter mal gebaut. Da erinnere ich mich dran. Und, ähm, ja, ich will es nicht wiederholen. Aber, die ist einfach geil. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ein bisschen schneller durch. 8808, hier so ein kleiner Formel-1-Flitzer. 88010. Ein kleines Motorrad. Dann haben wir hier nochmal so eine Art, äh, Kart. Ja, hier ist auch schon wieder, also das mit diesen, mit diesen Bögen. Das ist nicht so ganz meine Technik, ne? Also dann eher schon so dieses hier. Ähm, aber das, wo diese komischen, mit diesen Bögen irgendwas angedeutet wurde, ähm, ja, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Dann haben wir hier das letzte. 8408. Ja, das ist auch mit so einem Überrollbild. Da würde ich das eigentlich eher, äh, mit Stein bevorzugen. Das ist mir dann ein bisschen zu rund für damalige Technikverhältnisse. Oh, das ist sogar auch hier die Tüte. Da muss ich mich ein bisschen aufpassen. Jo. So, das wär's dann mit dem Bereich Technik. Jo, komm, und dann, hauen wir doch mal gleich einen raus. Das Space Shuttle. Die 6339 mit den Baseplates. Dieses Set habe ich aus einem anderen Convolution rausgesucht. Das habe ich immer noch nicht zusammengebaut. Ähm, tja. Da habe ich es aber auch eigentlich zu 97% komplett, würde ich sagen. Jetzt habe ich es zweimal. Nur direkt zwei Raketen starten lassen. Also, das ist auf jeden Fall so ein Set, wo ich gerne ein Review zu machen würde. Ähm, auch, ey, was für ein Beutel ist. Und wie viele Teile hier drin sind. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es komplett ist, aber, ähm, auf jeden Fall ganz schick. So, ja, dann können wir jetzt gleich ein paar Sets zusammen abstücken. Und zwar die ganzen Fußball-Sets. Und zwar hatte ich ja die beiden großen Platten. Ach komm, ich hole die eben nochmal. Jo, das nimmt schon ein bisschen Platz ein. Haben wir hier zweimal 48x48 Baseplates. Ähm, mit einer, mit einem schön gemähten Rasen. Die, gut, ist noch ein bisschen dreckig, aber das kriegt man alles wieder hin. Kann man sauber machen. Die Ecken, das sieht alles noch ganz gut aus. Jo. Also, die beiden großen Baseplates. Haben wir. Und dazu gibt es dann mehrere kleine Sets. So wie ich das gesehen habe, müsste ich nochmal recherchieren. Dann gab es nämlich ein großes Pack, wo die alle drin waren. Und dann konnte man die aber auch einzeln nachkaufen. Deshalb sind hier auch über diese Nummer nochmal drauf. Also, wir haben mal die 3303. Das Schiedsrichter-Set mit den Toren. So, reflektiert hier ein bisschen. Also, zwei Tore, ein paar fahren. Gelbe und rote Karte natürlich. Darf man das sagen? Die rote Karte für die Bremer. Ja, wo jetzt mache ich mal wieder Freunde. Ja, ja, komm. Alles gut. Genau. Ja, haben wir die Minifigur drin. Bälle, Tor, alles dabei. So, und dann habe ich eins mal ausgepackt. Und zwar gibt es dann Tribünteile. Man erkennt das hier schlecht. 3308. Hier unten nochmal die Nummer 6. Das war auch irgendwie in Kooperation mit Shell. Genau, haben wir dann hier Tribünteile mit Fans. Und davon sind vier Stück da. Also, viermal dieses Set. Gut, die Minifigur sind natürlich dann immer die gleichen. Aber das kann man sich ja vielleicht auch ein bisschen anders zusammenbauen. Dann habe ich einmal so eine... Das läuft, glaube ich, als Haupttribüne. Kann man das hier auch sehen? Achso, so sieht das da oben aus. Hier ist das so ein bisschen abgehackt. Hier haben wir übrigens diesen Bogen, den es auch bei den Rockriders gab. Und schon was gelernt. Genau, und dann gibt es hier die Haupttribüne. Mit den großen Dächern. Davon ist eins da. Dann habe ich einmal hier das Medic Sender. Die 3312. Auch mit den Minifiguren dabei. Da sind ja, sind das eins eigentlich noch drauf? Können wir mal reingucken? Ne, ist Aufkleber. Okay. Ja, das sieht auch nicht schön aus. Aber gut. Gucken wir uns den anderen nochmal an. Naja, es geht so. Leute, das ist alles kein neues Lego. Das ist schon ein bisschen älter. Dann haben wir hier... ...einmal den Videoturm. Die 3311. Und die 310. Die Kommentatoren-Budel. Was ist da noch drin? Achso, nee, Quatsch. Das ist ja das Lob. Ja. Genau, das sind alles die Sets. Und dann ist ja noch eins, was nicht rausgesucht war. Ja, das hatte ich euch in dem anderen Video gezeigt. Die zwei Flutlichtmasten. Zwei Stück sind da drin in dem Set. Aber das Set ist nur einmal da. Ja. Und ein paar Minifiguren habe ich auch gefunden. Und zwar drei pro Mannschaft. Gut, da könnte man sich ja auch selber noch was bauen. Das habe ich auf jeden Fall mal Bock, alles mal aufzubauen. Und auch einmal so ein kleines Review zu machen, wie der HSV, wer da Bremen schlägt. So ein kleines Stop-Motion-Video. Das wäre doch was, oder? Gut. Lassen wir das Fußball-Thema. So, nimmt das alles nicht so ernst hier, was ich erzähle, ne? Hier geht es um Lego und nicht um Fußball. Und Hauptsache, wir haben Spaß. Aber, Leute, ich habe hier gerade mal einen Stein rausgenommen, ne? Das ist hier von dieser Haupttribüne. Kriegen wir den mal hier auf Fokus, ein bisschen unter das Licht. Der sieht aus wie neu. Das wurde der noch nie benutzt. Das ist ja wirklich krass. Also, der Zustand ist von den meisten Sets, glaube ich, wirklich tiptop. Nicht, dass ihr denkt, ich erwähne das, weil ich das gut verkaufen möchte, ne? Das ist für mich auch das erste Mal, dass ich mir das richtig intensiv angucke. Natürlich habe ich mir schon ein bisschen die Nummern einmal rausgeschrieben. Aber so richtig in die Beutel reingeguckt habe ich noch nicht. Jo, hier haben wir ein, ja, ich würde sagen, das ist ein Flugzeug. Hafenfeuerwehr oder sowas. Mit Light and Sound. Und das ist doch schon wieder sehr interessant. Ich habe ja das Schiff, das kleine Puzzeischiff aufgebaut. Da habe ich ein Short-Video zugemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Ach, Mist, jetzt ist die Batterie da eingebaut, ne? Schade. Ich hatte mir einen 9-Volt-Block gekauft. So was hat man ja überhaupt nicht mehr im Haus hier, ne? Also hier für den Kasten. Da können wir eben reingucken, wie der Zustand, der Kontakte ist. Der eine weiße lief leider nicht. Da habe ich dann einen roten eingesetzt. Weil das so aussah, als wenn da schon mal eine Batterie drin ausgelaufen war. Ja. Sieht ähnlich aus. Das kriegt man bestimmt in den Griff. Muss man halt mal ausprobieren, ne? Gerade auch da drin. Dieser Kontakt. Da sieht man es, das ist doch schon auch ordentlich korrigiert. Ich weiß nicht, ob man das aufbekommt. Ich habe keine Anleitung gefunden. Ja. Wie ich dieses Teil hier auf 100 Stück rauskriege, ohne es rauszubrechen. Um einfach die Kontakte wieder sauber zu machen. Damit die Kisten wieder laufen. Und auch hier ist natürlich, ne? Hier sieht man es genau. Die muss man natürlich auch alle reinigen. Allerdings sind die Boxen nicht so teuer. Vielleicht kaufe ich mir die dann auch einfach mal nach. Also hier sieht es auch so aus, als wenn da mal irgendwas ausgelaufen war. Jo. Aber ansonsten ist natürlich Light & Sound eine coole Geschichte, ne? Mit den Lampen und dem Soundmodul sehe ich es jetzt hier. Kennt ihr das? Jetzt halte ich mich doch wieder so lange auf. Nö, scheint gar nicht hier drin zu sein. Oder? Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Vielleicht hat es auch gar kein Soundmodul drin. Ist so ein kleiner, wie so ein, ähm, ja, wie so ein 2x2 Round Brick. So sieht das Ding ungefähr aus. Ich gucke noch mal rein. Kein Moment. Da ist er doch. Ich habe nach einem weißen gesucht. Das habe ich nicht gesehen. Okay, genau, das ist das Ding. Und den kann man dann, also je nachdem, ob man ihn nach links oder rechts dreht, macht er entweder Bip, 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 Bip oder Wui, 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 Wui. Leute, wie cool ist diese Anleitung? Bip, 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 Wui, 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 Wui. Tja. Jetzt kriegt Lego mich auch noch dazu, so einen Quatsch hier zu machen. Naja. Werde ich auf jeden Fall mal zusammenbauen mit der anderen Box und gucken, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Habe ich Bock drauf? Gut, gucken wir mal weiter. Ich tüte den aber erstmal wieder ein. So, paar Sachen weggeräumt, machen wir mal weiter. Wir haben hier ein bisschen Lego-System, eine schöne Oktan-Tankstelle oder ein Teil einer Tankstelle mit einem Tankwagen, finde ich auch ziemlich cool. Und, ja. 6,5. 6,5, 6,2. Und, wenn wir schon bei den Tankstellen sind, haben wir hier noch eine schönere Tankstelle. Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Mit Waschanlage, mit Waschanlage, kleinen Tankshop, hier sogar ein Auto dabei, ein Abschlepper, schönes Dach, Oktan. Wahnsinn. Ja gut, das Teil, das Blaue, sieht schon ein bisschen zerruppt aus, aber davon werde ich auf jeden Fall auch ein Review machen. Ja gut, die Minifiguren waren halt früher so, wie sie sind. Hier habe ich auch bei Inubricks, verlinke ich euch auch mal, der baut auch eine Stadt. Der hat nämlich die Shell-Tankstelle mit dem Parkhaus dran. Und das wäre ja nochmal so ein Ding für mich. Die habe ich damals in meiner Kindheit, oh, was habe ich die geliebt. Ein geiles Ding. Ich blende euch mal ein Bild ein, dann wisst ihr vielleicht, welche ich meine. Die, wenn ich die nochmal haben würde, die würde ich in 100 Jahren nicht verkaufen. Die war in dem ersten Konvolut drin, allerdings war der Zustand so grausam und da fehlten auch schon ein paar entscheidende Teile. Und auch dieser Shell-Schriftzug oben drauf, der ging ja auch über mehrere Plates. Das war alles nichts. Ja, hier bin ich auch mal gespannt, wie der Zustand der Sticker ist. Hier sehen wir einen so ein bisschen. Ja, ein bisschen gelöst hat sich das schon. Aber ansonsten, ja, sieht das doch auch ganz gut aus. Cool. Da habe ich auf jeden Fall mal gespannt. Das Ding finde ich gut. So. Und dann haben wir hier irgendwie ein Set, das zusammengehört. Ich weiß nicht genau warum oder wie. Aber das sind zwei Anleitungen. Aber nur eine Setnummer. 1808. Flugzeug und so eine Bude, wo man nicht rauchen darf. Ja. Und das Ganze zweimal. Irgendwie so ein kleines City-Gedön. So und dann kommen jetzt, jetzt prädern wir mal ein paar durch. Und zwar so kleine, ja ich nenne es einfach mal City-Sets. Es läuft ja unter System. So ein bisschen so ein Hot Rod. Da gibt es ja auch noch die Tuning-Werkstatt, die ich raussuchen will. Ja, dann haben wir hier ein kleines Polizeiauto. Also ganz witzige Sets eigentlich so dabei, ne. Einfache Dinger. Ja, Polizeifolge, Hubschrauber. Ist das überhaupt? Oder nö. Ist einfach irgendein Hubschrauber, ne. Der hat hier nichts drauf. So, dann haben wir hier nochmal so ein kleines Bültchen. Nussschale, oder wie nennt man das? Oh, hier, das ist auch. Den kann man ja auch schön hier noch bei der Tanke mit hinpacken. Den hatte ich damals, glaube ich, auch. Schönes Reinigungsfahrzeug. Hier habe ich schon eben schon reingeguckt. Das ist irgendwie so eine graue Schüttel hier. Wie heißt das? Der Baggerschaufel. Ich weiß nicht, ob die dazu gehört. Ist die hinten irgendwo drin? Werden wir sehen. So, dann haben wir hier nochmal den Hubschrauber. Ja, genau. Ein paar Sets sind halt auch doppelt. Kleiner Bagger. So ein Kipplaster. Der sieht auch schon ordentlich alt aus. Da ist ja nichts mit Detaillierung. So, aber warum nicht? Ach komm, wollen wir da nochmal eben? Ich gucke da mal eben rein. Oh, erkennt man es? 89. So. Der ist schon ein bisschen abgeranzt. Aber 89 darf er auch. Gar kein Problem. Hier ist ein bisschen dreckig. Das kriegt man alles wieder sauber. Ja, aber ansonsten sind die Steine auch nicht verkehrt. Gut, der hier ist, glaube ich, gebrochen. Sah eben so aus unterm Licht. So ein bisschen angetitscht. Ja, mein Gott. Ein bisschen dreckig ist das alles. Aber Leute, für 89. Ich meine, weiß man jetzt auch nicht, ob es genau die Teile sind. Okay, die Schaufel hat wirklich gelitten. Ja, aber ansonsten passt es auch. Ja, dann zimmern wir mal weiter hier mit dem Bagger nochmal. Dann haben wir hier nochmal so ein, das ist auch so eine Art Radlader, da fehlt ein bisschen Anleitung. So, das kennt man jetzt nicht. Der hat, glaube ich, vorhin auch noch eine Schaufel. Dann, ja, so ein kleines Auto mit einem Surfer-Dude. Kleiner Strand-Buggy oder Wüsten-Buggy. Hier nochmal ein etwas größerer Kran mit einem Trecker. Oh, so ein alter Trecker hat ja auch was. Da merkt man auch, da sind ein paar mehr Teile drin. Oh, hier schön bedruckte Fliesen. Schön, schön. Und das ist so, kennt ihr das so, dieses alte, eklige Lego-Muff vom Dachboden? Das hier riecht irgendwie, wie soll ich das sagen, das riecht irgendwie gar nicht so schlecht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, es riecht nach früher. Ist das so, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ja, hier haben wir noch einen Polizeihubschrauber mit einem Motorrad. Zwei Polizeidudes. Oh, hier, auch ein schönes Ding. Der hat auch was, Leute. Den hatte ich, glaube ich, damals auch. Den kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Allerdings gab es diesen Heckflügel mit der FIA, glaube ich, auch bei so einem Speedstar. Speedstar-Ding, wie heißt denn die Dinger? Diese Dragstar, so was. Ich glaube, den hatte ich und diesen hatte ich nicht, aber den werde ich auf jeden Fall auch mal aufräumen. Ja, hier ist nochmal ein schöner Tanklaster, den können wir auch nicht hier zu der Tankstelle mitlegen. Das ist der andere. Aber der ist dann doch nochmal etwas detaillierter hier. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Da hat man doch schon mal ein bisschen zusammen. Hier nochmal so ein etwas anderes Feuerwehrfahrzeug. Nochmal ein kleiner Feuerwehrtruck. Kipplaster können wir nie genug haben. Ein Bötchen, Speedboot. So, so ein Dude mit Brille. Jeep. Nochmal zwei Kipplaster. Zweimal das gleiche Set, einfach in einer Tüte. Hier nochmal so ein uraltes City-Auto. Oh Gott, Leute, vergleicht das mal mit den Speed Champions. Da würdest du heute keinen mehr mit im Deo-Laden loggen. Aber so war das halt früher. Und ich finde es geil. Und dann haben wir hier noch ein Presslufthammer-Dude-Gedöns-irgendwas. Weiß ich nicht. Irgendein Bausteinfahrzeug. Good good. So, zwei kleine haben wir noch, die aber nicht zu City gehören, sondern einmal Space. Space Police haben wir hier. Und einmal die Aquanauts oder Aquasharks-Gedöns-Nauts-Gedönse. Ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt langsam wird es dann auch interessanter. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin noch durchgehalten. Jetzt kommen noch etwas größere Sets. Und dann haben wir noch ein bisschen was für Züge. Jo, hier haben wir ein bisschen Rescue. Dieses Set hatte ich im anderen Konflikt auch schon. Da hatte ich überlegt, das rauszusuchen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Aber das habe ich dann gelassen. Weil, wie gesagt, damals waren der Zustand der Steine nicht wirklich gut. Jo, jetzt habe ich hier schon einen großen Teil. Ich habe schon mal reingeguckt, da ist nur eine Minifigur drin. Ich glaube, nur die. Die anderen beiden habe ich da drin nicht gesehen. Ja, mal gucken, ob ich das nochmal mir die Mühe mache und das mal aufbaue. Aber ich glaube schon, da habe ich Bock drauf. Das Netz ist auf jeden Fall drin. Die große Scheibe ist drin. Das sind ja so die wichtigsten Teile. Genau. So, dann haben wir hier nochmal, aber das Licht blendet hier wirklich ein bisschen, nochmal ein Space Shuttle auf einem Truck, den ich auch ganz cool finde. Das sind detaillierter. Und noch ein kleines Auto dazu. Aber die Nummer kann man hier leider nicht mehr so richtig erkennen. Aber ich hatte sie mir schon rausgesucht. Denn hier irgendwie die Anleitung auf einmal ganz komisch. Also von der Optik-Kerle. Das soll so eine kleine Bank sein. Hier haben wir dann auch schon mal Pflanzenteile dabei. Und ja, hier haben wir einen, der ein bisschen Geld in der Hand hat. Irgend so eine Bank. Bankautomaten und ich sage, wir haben auch die ganzen Münzen. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Dann ups, hier habe ich auch die Anleitung schon mal rausgenommen, weil es einfach zu groß war. So eine Kommando-Zentrale gibt es ja heute auch immer mal wieder von Lego. Ziemlich cool. Ja, auch wieder mit so einem Truck, der sich doch sehr ähnelt mit dem. Ja. Haben wir hier nochmal von der Polizei. Und hier nochmal. Ja, ist das auch irgendwie ein bisschen... Sieht so ein bisschen spacig aus, aber... Naja, irgendwie auch ein Truck mit einem Heli. Das waren einfach nochmal so die etwas größeren System-Sets. Gut. So, jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel. Bisschen Piraten haben wir dann auch. Leider nur zwei Sets. Einmal hier den... ...Blaurock in seinem Schiff mit der Kanone. Der sieht auch da doch noch richtig gut aus. Der ist glaube ich komplett. Den habe ich auch schon. Will ich ihn doch noch stehen? Nö. Ich glaube, ich habe es sogar schon zweimal. Aber egal, man kann nicht genug Piraten haben. Ja, und dann haben wir hier noch die kleine Insel. Die habe ich auf jeden Fall auch schon. Habe ich auch noch nicht zusammengebaut, aber auch schon komplett. Und hier ist leider die... ...die Baseplate gebrochen. Oder wurde gezweiteilt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ganz grausam. Ganz grausam. Den Tod hat sie getritten. Aber da habe ich schon für Ersatz gesorgt. Genau. Also die habe ich dann auf jeden Fall auch komplett. So, und dann habe ich hier noch... ...ich finde ein richtig, richtig cooles, schönes Set. Und zwar die Pizzeria To Go heißt die, glaube ich, vom System. Oh, das Licht blendet hier so. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ja, finde ich richtig cool. Habe auch schon mal reingeguckt. Die ganzen Aufkleber passen auch alle relativ gut. Ein paar Steine sind ein bisschen vergilbt. Aber ansonsten passt das. Die wird auf jeden Fall auch reviewt. Auch wenn es nur klein ist. Finde ich richtig cool. Ja. So, dann haben wir hier noch ein Set. Wo ich auch die anderen rausgenommen habe. Und zwar ein Oktan Truck mit ein paar Formel-Fahrzeugen. Ja, die haben wir hier drin. Dann haben wir hier. Na, guck mal, hier haben wir sogar so einen Dragstar. Da ist zwar ein anderes Schild drauf. Ja, habe ich hier, hätte man eigentlich auch zu den kleinen Fahrzeugen zählen können. Habe ich hier ihn gelegt wegen Rennbahn. Weil Rennbahn kommt hier nämlich. Ja, dann haben wir passend zu dem Truck hier nochmal die Rennstrecke. Und da sind ja auch, da ist die eine Baseplate bei. Und da sind auch noch ein paar andere Baseplates, um so ein bisschen Strecke abzustecken. Das werde ich auf jeden Fall auch mal aufbauen. Zusammen mit dem Truck. Und ja, ein bisschen, ich weiß gar nicht, kann man hier erkennen, welche Strecke das sein soll? Ist, glaube ich, fiktiv. Ist der Lego-Ring oder irgendwie sowas. Joa. Finde ich cool. So, jetzt kommen wir zu den letzten fünf Sets. Und für mich mittlerweile meine neue Retro-Lieblingsserie. Die 9-Volt-Zug-Geschichten von damals. Und da sind hier noch ein paar Sets dabei. Joa, irgendwie hier so ein... Naja. Er möchte gern ein Bro sein. Ich weiß nicht, ob er ein Bro sein darf. Er hat mir nicht keinen Helm auf. Vielleicht kann Julian das mal beantworten. Also nicht ich, sondern der andere. Ey, ihr wisst schon Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Ja, hier irgendwie so ein Servicefahrzeug, was man auch auf die Schienen setzen kann. Ich weiß nicht, ob man den dann so umbaut, dass man das hochklappt. Aber wahrscheinlich schon. Ich glaube doch, da sind so Hinges zu sehen. Dass man entweder auf Schienen fährt oder halt auf der Straße. Joa, und ich finde allein diese Anleitung, dieses Layout dahinter. Es ist ja immer so ein bisschen bergwerkmäßig. Oder als wenn es im Berg drin ist. Keine Ahnung warum, aber ich finde es gut. Joa, und dann haben wir hier gleich das nächste. Auch wieder so ein Servicefahrzeug. Den man glaube ich sogar... Ist ja da Magneten drin. Da ist eine Kupplung tatsächlich. Den kann man hinten an den Zug ranhängen. Ist ja fantastisch. Ich habe den gerade oben aufgebaut. Ich habe das Review heute gemacht. Vielleicht nehme ich den nochmal mit hoch und bastle den da ran. Joa, und dann haben wir hier nicht ganz so hübsch, wie ich finde, aber doch irgendwie interessant umgesetzt. So eine Autoverladerampe für Autos, für Züge. Also, ne, ihr seht es ja. Auch irgendwie ganz witzig. Ne, hier ist es auch ein bisschen angedeutet. Also irgendwie dreht man dann diese Plattform da komplett rum. Und somit kann man dann die Autos aufladen. Cool. Joa, und dann etwas, was wir schon kennen. Die 4532, den Bahnübergang, den ich auch schon reviewt habe. Mit, ja, kann man es da sehen? Hamburg City! Na, Logo. Immer dabei. Ja, das sieht auch ziemlich komplett aus. Das waren ja jetzt auch gar nicht so viele Teile. Die Schienen sind da auch nochmal mit drin. Die Geraden. Ja. Cooles Set. Klein, einfach, aber effektiv. Und braucht man, wenn man einen Zug hat und in der Stadt baut. Man muss ja irgendwie über die Straße rüberkommen. Also, nochmal einen schönen Bahnübergang. Joa, und dann für mich das Highlight aus diesen ganzen zusammengepackten Sets. Und zwar die 4555 so ein Verladebahnhof mit einem schönen Kran, wo man die Container aufs Schiff setzen kann. Äh, aufs Schiff. Das ist ja mit mir los. Auf den Zug natürlich. Und ich hole mal eben die Anleitung raus. Dann zeige ich euch das nochmal ein bisschen. Joa, hier sieht man das Ding immer komplett. Und ist das nicht geil? Also, wir haben hier vorne die die Schienen auch, die auch da mit drin sind. Ähm, haben hier nochmal einen Waggon. Können da die Container draufsetzen. Haben nochmal ein kleines Fahrzeug, wo man auch den Container draufsetzen kann. Diese Container sind sowieso, die kann man auf alle Züge draufsetzen. Also, auf alle Waggons. Die sind, das ist immer die gleiche Platte. Wunderbar. Modularität. Passt. Genau. Dann haben wir hier ein paar Dudes und Bros und überhaupt Telefon. Und man kann es hier nur herschieben. Mist, das ist doch fantastisch. Also, ich glaube, das ist ein richtig cooles Set. Das werde ich auf jeden Fall auch mal aufbauen. Und, ähm, ja. Zu diesem ganzen Kram, der jetzt hier fertig abgepackt ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob alles komplett ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das zu 95% schon passen wird. Ähm, habe ich ja noch den rot-schwarzen Zug. Den gelb-schwarzen Zug. die beiden Kram-Waggons. Und noch die Anleitung, die ich euch ja schon gezeigt habe. Die ich noch raussuchen möchte. Joa, also ordentlich viel Lego. Und ich muss sagen, das hier, wenn man das alles aus so einem Konflug rauspulen will und auspackt, ne. Ich habe es ja nur schon ein bisschen gemacht. Ähm, das ist wirklich Sau-Arbeit. Also da habe ich wirklich einen Glücksgriff gemacht. Ich habe schon eine Liste erstellt, ähm, mit den ganzen Set-Nummern und wie viele Teile da drin sind. Und wie die Sets heißen. Und noch ein kleines Bildchen dazu. Da gucken wir jetzt gleich nochmal rein. Da werde ich nochmal die Durchschnittspreise von Ebay, von den Verkäufen, so ein bisschen mit einfließen lassen. Da wir ungefähr so einen Wert haben, was die Dinger denn so kosten. Die Züge werde ich da auch mit einfließen lassen. Ich glaube, die anderen Sets, die ich noch nicht rausgesucht habe, aha, ich suche sie mal mit raus und dann können wir es ja nochmal splitten, können das ja mal mit reinrechnen und rauslassen. Und dann sehen wir ja ungefähr, was das so bringt. Also dann muss natürlich alles auch noch verkauft werden. Ein paar Sachen behalte ich, glaube ich, auch. Ein paar Sachen habe ich schon, ein paar Interessenten. Man hat ja so langsam seine Community. Jo. Ähm, und das Coole dabei ist natürlich auch, ich habe das Fußballgedöns. Ich habe hier dieses Space-Ding, ich habe die Tankstelle da, ich habe die Pizzeria und überall davon kann ich Reviews machen und euch das präsentieren. Ähm, und das macht mir mega viel Spaß. Ja. Genau, und ich würde euch dann am Ende natürlich auch sagen, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube, dieses Video wird echt lang. Ich hoffe, ihr haltet noch durch. Aber das andere, also in der Liste wird jetzt nicht mehr ganz so lange dauern. Jo. Dann schauen wir mal rein. Leute, ich habe gestern Abend noch was gebaut. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Ähm, jo. Eins habe ich mir dann doch nochmal rausgepickt. Richtig cool. Jo. Die 4555. Und war auch tatsächlich alles drin. Also komplett, nee, stimmt gar nicht. Ähm, hier vorne, für den Scheinwerfer von dem roten Auto. Ja, da fehlte ein Teil. Das war aber in der, in der roten Steine-Kiste noch drin. Aber sonst komplett. So, und dann habe ich hier eine Liste erstellt, ähm, mit den, circa Preisen. Und da springen wir jetzt mal rein. Jo, Leute. Hier haben wir die Excel-Tabelle. Ähm, ich habe hier vorne immer mal die Bilder hinzugefügt. Dann haben wir hier die Set-Nummer, den Namen, ähm, das hier aber nach der Schiene ist, die Teilanzahl und den eBay-Durchschnittspreis. Den habe ich jetzt immer ein bisschen nach unten korrigiert, um das nicht zu übertrieben zu machen. Und ich weiß, einige Sets sind auch mal viel günstiger verkauft worden, aber auch mal viel teurer. Ähm, das soll nur ein grober Anhaltspunkt sein. Das soll auch nicht heißen, dass ich das dafür bekomme. Oder, dass ich die Sets überhaupt verkaufe. Vielleicht behalte ich auch noch ein bisschen was. Ähm, nur, dass wir so einen groben Überblick haben, ne? Genau, ich habe auch diese ganzen Kleinsets, die habe ich einfach alle so mit 2, 3 Euro, äh, faktoriert, weil man die bei eBay zum Teil auch gar nicht findet. Also das ist dann, wenn hier so bis 100 Teile, ne? Das ist das einfach so bei 2 Euro. Die Bank hier, ähm, 6,5, 6,6, die lag so bei 12 Euro. Und, naja gut, interessant wird es bei den größeren Sets hier, ne? Die Tankstelle, wenn man die wirklich komplett hat, mit Karton im guten Zustand, dann geht die auch richtig gut weg. Ich habe da jetzt immer auch mal ein bisschen wieder runtergerechnet, so 45 Euro. Kriegt man da wohl für? Ähm, ist ja auch immer abhängig, wie ist der Zustand von den Sets, ne? Dazu kann ich jetzt ja auch noch nicht so viel sagen. Genau, dann haben wir hier, ähm, diesen kleinen Trailer mit dem Hubschrauber für den 10er, und Technik-Set. Hier tatsächlich, das hat mich gewundert, weil das gar nicht so viele Teile sind, aber, ähm, das geht ganz gut. Klar, ist wieder so für Züge, ne? Dieses Auto-Verlade, diese Verladerampe für 35, ähm, ja. Auch hier dieses Space-Set für 25, ja, hier mein Technik-Bagger für 12, aber ich glaube, der bleibt auch bei mir. Genau, dann haben wir hier wieder ein paar kleinere Sets. Ähm, genau, ich gehe einfach mal so durch hier, der, äh, diese mobile Polizeistation, 15, das ist dann auch mal ein bisschen was, die Rennstrecke für 30, ähm, das ist alles wieder ein bisschen gut hier, Piraten geht immer, So bei 17, ähm, die Tankstelle ist tatsächlich, die kleinere war auch ein bisschen mehr, ähm, weiß nicht, ob da so besondere Teile drin sind, oder so, aber, ähm, ja, na gut, sind auch 223 Teile dabei, ne? Ähm, Space-Shuttle-Launching-Crew liegt auch bei 30 Euro, genau, ich habe den Gesamtpreis unten nochmal ausgeblendet, äh, wobei, jetzt kann ich es ja hier eigentlich auf der Seite schon mal einblenden, weil hier sind wir schon mal bei 316 Euro, 4300 Teile, das war jetzt die erste Seite, genau, dann haben wir den Hot Fury, ähm, äh, den Blue, Blue Fury Hot Rod, so, von 35, der geht, glaube ich, immer ganz gut, diese Model-Team-Geschichten sind einfach begehrt immer noch, genau, wieder ein paar kleinere, der, ähm, Indie-Transporter, ist auch bei 25 Euro, äh, Shuttle-Launch, sehr, sehr unterschiedliche Preise, ähm, ich habe es jetzt einfach mal mit dem niedrigsten, bin ich mal angegangen, äh, für 45, der eine Kran lag auch ein bisschen höher, weiß nicht, ob man da wirklich 10 kriegen, kommt, das ist glaube ich ein bisschen übertrieben, machen wir mal 5 draus, ähm, genau, hier bei dem dachte ich tatsächlich, es wäre ein bisschen mehr, aber sind auch gar nicht so viele Teile, 15 Euro ist auch okay, jo, hier die Cargo-Station, die ist auf jeden Fall begehrt, da sind auch ein paar Teile bei, die, ähm, besonderer sind, unter anderem, ich habe es ja hier gerade noch mal stehen, das ist glaube ich eine 8x16, äh, eine 6x, 6x16, 6x14, eine rote Plate, einfach nur, die relativ teuer ist, ähm, ja, genau, dann geht es hier weiter mit kleineren Sets, die Pizzeria, 20 Euro, jetzt muss ich leider einmal niesen, ähm, so, genau, Pizzeria für 20 Euro, ähm, ja, ich habe jetzt noch einen kleinen Eck für zwei, dann haben wir hier nochmal wieder auch, aus der, ähm, Road and Rail, äh, Geschichte, oder gut, der liegt hier bei 8 Euro, sind aber auch kaum Teile, ne, ja, der Bahnübergang, so über 30, ähm, habe ich aber auch schon besser verkauft, äh, Jetfire Squad, der ist relativ hoch, weil das halt light and sound ist, allerdings hatte ich das ja gezeigt, da ist ja die Box nicht so richtig schön, mal gucken, ob ich das Ding zum Laufen kriege, ähm, ähm, ja, vielleicht hole ich mir sonst nochmal so eine Box, die Box alleine liegt, ist gar nicht so teuer, die liegt nur über 3, 4 Euro, oder was glaube ich, bei Brickling, ähm, und wenn man die dann nachgekauft kriegt, äh, hat man ein schickes Set, jo, dann haben wir noch ein paar Technik und kleinere Dinger, da können wir so rüberfliegen, hier haben wir nochmal einen Kran, auch aus der, Road and Rail, ähm, liegt auch ein bisschen höher, jo, und dann sind wir hier bei, 341 Euro, so, ich gebe nochmal einen Ticken rüber, nochmal Pirat, hier für den Zehner, noch ein paar kleinere Sets, ähm, ja, die kann man vielleicht so im, im Bundle auch verkaufen, so ist es, ne, mal gucken, oder als Konvolut, ähm, ja, dann haben wir die ganzen, ähm, Fußballgeschichten, ähm, da habe ich rausgefunden, gab es ein großes Set, wo auch die Platten bei waren, das ist die, ähm, 800, ne, ich kriege nicht mehr zusammen die Nummer, war auf jeden Fall eine sechsstellige Nummer, und da waren wohl alle diese Sets drin, und noch Figuren, ich kriege da nicht alles zusammen, ich habe jetzt einfach mal für jedes Paket ein Zehner gerechnet, ähm, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber wenn man jetzt alles nur zusammen, jetzt sind wir bei 90 Euro, mit den Fußballplatten, na gut, naja, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hoch angesetzt, machen wir einfach mal diese überall 7, das wären denn hier, äh, 28, weil ich das ja viermal habe, da sind wir bei 63, 60 Euro, ich glaube, das ist schon realistisch, genau, ja, dann haben wir die Züge, ähm, die habe ich ja auch schon rausgesucht, für 200, das Stück, da sind ja auch die ganzen Schienen dabei, ähm, und die beiden Kräne, jeweils für 40, genau, dann kommen wir hier auf dieser Seite auf 567 Euro, und 2900 Teile, und dann habe ich es hier unten auch noch zusammengefasst, also krass, ne, das sind 11.300 Teile, alle Sets, wenn da wirklich alles so drin ist, komplett sortiert, und dann kommen wir auf einen Gesamt-Ebay-Verkaufswert von 1224 Euro, und da ist ja noch ein bisschen was über, da sind noch ein paar Straßenplatten über, da sind noch, ähm, Schienen über, und da sind ja noch ein paar andere Sets über, die ich noch rausrufen will, die habe ich jetzt ja gar nicht mit, äh, mit reingenommen, auch bei den Fußball-Sets sind noch zwei, ähm, einmal der Flut-Turmler, der, 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 das Flutlicht, und, ja, dieses, äh, wo die Polizei die Hooligans fangen will, das muss natürlich dazu, ja, also, das ist ja der ganz ordentliche Ausbau, natürlich weiß ich selber, dass das ja nicht verkauft ist, ne, also, ob man das jetzt wirklich bekommt, weiß ich nicht, ähm, aber ich werde auf jeden Fall die 300 Euro, die ich dafür bezahlt habe, wieder rausbekommen, und sicherlich auch noch ein bisschen mehr, und, ähm, ja, es ist eine schöne Sache, mir macht das immer noch riesig Spaß, ähm, ich hoffe euch auch, und, ja, jetzt wisst ihr, was ich bezahlt habe, was wir raus haben, ich werde euch davon noch ein paar Sets auf jeden Fall vorstellen, und, ähm, ja, dann schauen wir nochmal, was die nächsten Konvolute so bringen, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein kleines Video, wenn ich die anderen Sets rausgepoolt habe, mal schauen, mal schauen, ob es noch ein bisschen Futter gibt, aber, äh, das ist es erstmal, und ich glaube, ich werde da auch ein paar Steine, da sind mir nicht relativ viele Basics, Steine noch drin, in verschiedenen Farben, die gut aussehen, äh, bei, ähm, Bricklink einzeln hochladen, vielleicht auch ein paar Sets einzeln hochladen, mal schauen, und, äh, auch Light Grey ist ja auch immer so ein bisschen, äh, gefragt, das, äh, Alte, das habe ich, da sind auch noch reichig Steine da, gut, Leute, dann haben wir es jetzt erstmal, für diese, etwas längeres Video sicherlich, ähm, lasst euch gut gehen, habt Spaß beim Klemm, und wir sehen uns, ciao, ciao, Ciao.